Hallo, ich möchte euch das neue Headwater Large Sling Pack vorstellen von SIMS. Wir sehen hier auf der Rückseite, der Rücken ist gewölbt, damit die Luft besser zirkuliert, damit wir nicht zu warm haben am Rücken und nicht zu fest schwitzen. Dann zusätzlich auf der Seite noch, um eine Jacke oder irgendetwas zu befestigen, haben wir hier zwei Bänder mit Schnallen, damit wir etwas befestigen können. Wenn ich unterwegs bin, kann ich es einfach über den Kopf anziehen, mit dem Hüftgurt anziehen und es ist befestigt und ist sehr stabil am Körper. Zusätzlich habe ich hier noch Platz für den Retractor und für eine Zange, damit ich schnell arbeiten kann. Wenn ich jetzt etwas brauche, ganz einfach, Hüftgurt lösen, nach vorne und ich habe alle Sachen, die ich brauche, schon griffbereit. Hier die Workbench mit der grossen Lasche, damit ich Materialien verstauen kann. Mit Klett für die Vorfachspitzen, hier montieren hält. Oder dann auch für Öle, Lochsa, Fette, was auch immer, damit man es immer griffbereit hat, innen und aussen. Auch hier zusätzlich noch für den Retractor, damit man etwas befestigen kann. Dann eine Stufe weiter, ein grosses Fach für eine Jacke, hier eine Farrand Jacket, genügend Platz, damit man es verstauen kann. Was auch immer, Jacket, Pullover, je nach Wetter, wie es dann gebraucht wird. Dann auch zusätzlich das grösste Fach eigentlich. Hier haben wir viele Unterteilungen für das Vorfach, Dosen, was das Herz begehrt. Alles hat Platz, was man benötigt. Dann zusätzlich das Geheimfach, was wir hier noch haben, Flachmann, was auch immer, was gebraucht wird. Wenn ich arbeiten will, wohin gehe ich mit der Route? Ich kann sie hier einfach hineinlegen und kann dann normal weiterarbeiten, eine Fliege hervornehmen, montieren, was auch immer. Die Route hält, kein Problem. Zusätzlich haben wir hier noch Reissverschluss, kleine Tasche, Retractor, alles vorhanden. Hier noch für den Kescher, die Öse, damit wir etwas anhängen können. Dann bin ich bereit, jage die Tasche nach hinten, Hüftgurt anschnallen und es hält. Es hält am Rücken, ich bin beweglich und wenn ich werfen will, stört mich überhaupt nichts. Ich habe die Bewegungsfreiheit, die ich brauche. Wir haben diese zwei Taschen. Die hier war in Fury Orange und dann zusätzlich noch in Lid. Das sind die zwei Fragen. Das sind die zwei Fragen. Das sind die zwei Fragen. tolerant Juneewräter der Süßball Bombay extended geliefert. Das ist die Leih inhalte. Jetzt gibt es eine Weih halte Zinn über枚. Herz嫁 Ulf.